Was ist für eine Überraschung? Naja, es ist traumhaft hier in Zaunsee. Und was ich auch gesagt habe, das Publikum ist genauso traumhaft, wie die Garten hier von der Strecke gesprochen haben. Lassen Sie mal, das war der Jörg in der Bühne, 50, Zaunsee, 2,5, 24! Sogar mit der Strecke Und die Strecke Wir haben den Strecke nicht nur die Dömer, sondern auch die Dömer, Also sehr kleine Dömer, es spielt eine Karte. alle Hörg in der Strecke und die Unterkörper Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018